Fange am Ladoga-See oder am Archipel mit einer ultraleichten Stippe 15 verschiedene Fischarten. Wow. Boah ey, das ist doch mal ne Challenge. Andererseits 15 verschiedene Fischarten heißt auch so viel wie rein mit der Rude, raus mit den Fischen und einfach mal gucken, was da so alles reingeht. Und das machen wir. Ein paar Dinger hab ich schon dran. Also tatsächlich schon 9 von 15. Gar nicht so schlecht, war gar nicht so schwierig bisher. Also wenn man weiß wie und wo und das klappern wir jetzt gleich ab und das gucken wir uns jetzt gleich an. Und ich hoffe, dass die letzten Kandidaten auch gleich reingehen. Wäre doch gar nicht so schlecht. Also was haben wir denn hier? Ladoga-See, 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 Ladoga-See. Und zwei Stück hier am Archipel. Am Archipel. Also bisher sieht das doch schon mal ganz gut aus. Mit einer kleinen Güster und so weiter. Und ihr seht auch hier immer den Köder. Komplett hier. Oder einer der wichtigsten Köder. Natürlich die Eintagsfliegenlarve. Absolut essentiell. Wir gucken uns das gleich natürlich im Detail alles an. Und das Schöne ist, fange ultraleicht mit verschiedenen. Also wir haben hier keine Gewichtsvorgabe. Also gehen wir hier richtig schön klein und fein rein. Und solltest du noch keine passende Ultraleitstippe haben. Ich bin, es wurde auch schon das Ganze, heute noch im Chat gelesen, auf der ganz kleinen Ultraleit gefangen. Und zwar abgehakt. War das auf der ganz kleinen? Das ist ja der Oberhammer. Die Teleskopik. Ne, das glaube ich ja nicht. Mit zwei Komma. Wir gucken noch mal eben im Shop. Ich sag mal so zwei, so drei, drei, vier Kilo. Wäre wahrscheinlich mal nicht so schlecht. Ja, grundsätzlich muss man sagen, hier bei den ganzen Stippen, wir sind im Ultraleitbereich unterwegs. Und da muss man auch ganz klar sagen, das Beste ist einfach am besten. Also das Teuerste, das Schwerste, was wir hier kriegen können, ist einfach am besten. Weil wir dadurch eben eine Tragfähigkeit haben von 5,6 Kilo und damit natürlich die meisten Möglichkeiten haben. Kleiner zu fangen ist ja kein Problem. Aber wenn da mal was Dickeres reingeht, fliegt uns eben die Schnur um die Ohren. Und das wollen wir ja nicht. Im Idealfall haben wir ja hier ausreichend Tragfähigkeit, um eben auch hier jeden Fisch rauszuziehen. Und wenn wir hier für einen so einen ollen Fisch vielleicht drei, viermal einen Abriss kassieren, dann macht das natürlich auch irgendwann keinen Bock. Das Setup, wenn du dir das leisten willst, japp, gönnt man sich das natürlich am Wolchow. Da ist es noch mal ein bisschen günstiger. Irgendwas um die 7,5 Tausend Silber müsste das Ding sein. Ist natürlich der absolute Oberburner. Ich habe auch noch rumliegen die Soul Pole mit 3,5 Kilo. Auch richtig, richtig sexy das Teil. Damit geht auch schon einiges. 3,5 Kilo jetzt gerade noch gesehen und gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber auch das ist natürlich eine Möglichkeit hier. Die Expression. Ja, dreieinhalb Tausend ist schon mal nicht ganz so viel. Immerhin 4,5 Kilo und 4,5 ist auch da tatsächlich schon mal ein richtig gutes Gewicht. Grundsätzlich wäre ich eher bei den ganz langen Routen. Denn wenn man mal ja weiter raus muss, dann ist es ja gar kein oder dann ist es ja kein Problem. Dann stellt man sich halt bis an die Vardakant und dann wirft man eben maximal weit raus. Also, zack, stell dir vor, du musst da hinten hin. Mit einem 2, 3 Meter Stöckchen kommst du nicht so weit raus. Wie auch. Aber, wenn du dann mal hier vorne angeln willst, im Nahbereich. So, einfach mal hier. Dann kannst du das natürlich auch machen. Und du gehst dann einfach ein paar Meter nach hinten. Also Land haben wir hinter uns immer genug. Aber halt nach raus, nach vorne zu kommen, das ist halt immer ein bisschen tricky. Wenn wir hier gerade schon stehen, hier war zuletzt die Stelle für die Ripus-Maräne. Und ich baue mal das Setup auf und weißt du was, wir gehen heute mal nochmal extra klein rein. Ich teste heute mal einfach auf richtig schön kleinem Setup. Ich nehme mal nur einen 18er Haken und dann gehen wir mal hier auf 1,50 Meter ungefähr. So. Und dann raus damit. Zack. So, 1,50 Meter Tiefe, 18er Haken. Wie gesagt, es geht ja nur bei der Qualifikation oder bei der Challenge nur darum, den Fisch zu fangen. 15 verschiedene Fischarten. Und dann nehmen wir doch einfach alles mit. Also, schön, fein und klein reingehen. Das hat man übrigens auch bei allen anderen Arten oder bei allen anderen Aufgaben in dieser Art immer mal gerne mit einem 24er auch reingehen. Denn da beißt zum Beispiel auf Perlgraubenbrei viel eher mal irgendeine Laube noch mit drauf oder etwas, mit dem man gar nicht rechnet. Eine olle Güster oder sowas. Und dann hat man relativ schnell diese Aufgaben abgeschlossen, ohne hier viel Theater zu haben. Na guck, es fängt auch schon hier an zu zuppeln. Ich bin gespannt, was reingeht. Vielleicht geht da noch was rein, was ich bisher noch nicht hatte. Und vielleicht geht es dann auch gleich weiter. Jawohl, zumindest schon mal gehakt. Da bin ich ja mal heilfroh, wenn es dann auch direkt hakt. So, komm mal ran hier. Eine Zwergmaräne. Ja, die haben wir natürlich hier in großen Massen. Also, Zwergmaräne am Ladoga-See ohne Ende. Aber wie gesagt, auch hier ging dann gerade auch schon die, oder für die Tage auch schon die Ripusmaräne rein. Köder-Kombi, okay, war hier mit Steinfliegenlarve und Eintagsfliegenlarve. Also, in der Kombination. Gerade noch mal reingucken. Kriegen wir das drauf. Ja, wir haben auch noch, ja, das passt auch noch vom Wurfgewicht. Also, direkt noch mal wieder raus. So, und dann Gibi. Übrigens, um zu gucken oder um sich schon mal zu informieren, wo könnte man noch überall hingehen, Es gibt gute Infovideos schon zum Posenangeln. Auch schon hier in der Playlist zum Ladoga-See. Also, einfach mal reingucken. Sämtliche Spots, die interessant sind fürs Posenangeln, sind natürlich auch jetzt für uns interessant fürs Stippen. Das heißt also, da, wo ich sonst immer mit der Matchroute unterwegs bin, genau die gleichen Vorgaben. Matchroute ist dann, ja, halt natürlich ein dickes Ding. Und wir sind hier gerade jetzt ultra light unterwegs. Aber, Hakengröße, wenn du eine passende Stippe jetzt hier hast, dann passend natürlich oder ähnlich groß von der Hakengröße. Köder auf jeden Fall ähnliche wählen. Und Köder tiefen natürlich auch ähnlich wählen. Und dazu natürlich die verschiedenen Spots. Also, ganz großer Klassiker hier in dem Bereich. Wir haben hier immer wieder noch so ein bisschen Grütze. Ich glaube, hier rennen wir auch gleich mal hin. Hier könnte ich auch noch ein bisschen was abhaken. Oder natürlich dann hier, wo man mit dem Boot hin muss. Also, auch das wäre jeweils nochmal eine Möglichkeit. So, jetzt gucken wir mal, ob hier nochmal mal reingeht. Geht nochmal die Ripus. Ich ziehe nochmal hier so ein bisschen rüber. Vielleicht hat sie auch schon keinen Bock mehr. Das ist übrigens auch so ein Ding. Jetzt laufen die Aufträge auch schon seit ein paar Tagen. Es ist also durchaus möglich, dass jetzt bald in den nächsten Tagen vielleicht wieder so ein paar Veränderungen stattfinden. Und die Fische sich irgendwann denken, ja nö, jetzt habe ich langsam Bock mal auf einen anderen Köder. Bedeutet also, es kann durchaus sein, dass in den nächsten Tagen die Infos, die jetzt gerade schön gesammelt werden, auch im Discord zum Beispiel, übrigens Link zum Discord direkt unterm Video, dass die einfach nicht mehr aktuell sind, dass die nicht mehr laufen. Passiert halt im Game. Man hat ja immer mal wieder Änderungen. Was ich auf jeden Fall gleich noch testen will, wir gucken mal eben kurz hier rein in die Rekorde allgemein Ladoga-See. So, und da ist interessant. Ich glaube, dreistachliger Stichling hatte ich schon. Aber wir sehen hier auf jeden Fall schon mal wieder den Köder. Giebel hätte ich auch gerne. Den teste ich gleich. Frosch wäre vielleicht auch noch eine Idee. Warum nicht? Auf Fliege hier. Wenn es den gibt, nehme ich den noch mit. Kaulbarsch wäre auch noch mal eine Option. Einfach so in Grundnähe. Alles, was klein ist. Alles, was klein ist. Und die hier, die Renken, da testen wir natürlich auch gleich nochmal. Zwergmarine geht safe immer rein. Zobel. Ja, könnte tricky werden, aber ich sehe gerade, ja. Ich könnte hier auch nochmal gleich die Köcherfliegenlarven testen. Und die Sumpfellritze. Ja, die will ich haben. Da wollen wir gleich hin. Sumpfellritze und Stint. Also die beiden. Oh, er hängt. Sumpfellritze und Stint. Komm ran hier. What is it? Wieder Zwergmarine. Okay. Ich renne weiter. Die habe ich jetzt hier schon zu oft. Aber wie gesagt, die Ripos gingen da die Tage. 1a rein. Und jetzt gucken wir mal hier vorne nochmal eben. Mit einem anderen Köder. Ich bleibe auf dem 18er. Köcherfliege lasse ich drauf. Einzelner Köder. Ich gehe auf einen Meter Tiefe nur. Ein Meter Tiefe. Und dann werfen wir da vorne hin zu diesem Blümchen. Zack. In der Hoffnung, dass da noch ein bisschen was geht. Auch hier wieder natürlich der Punkt. Mit einer 7, 8 Meter Stippe kann man hier einfach mal hinwerfen. Mit einer 3, 4 Meter Stippe müsstest du dich schon ins Boot setzen sozusagen. Was eigentlich nicht so schlimm ist. Denn das müssen wir hier höchstwahrscheinlich eh machen. Ins Boot hocken. Und verschiedene Spots abfahren. Beziehungsweise zum Ende hin dann auch nochmal vielleicht hier an die Bojen hinbrettern. Auch das werde ich gleich nochmal machen. Und auch da nochmal gucken, ob es da nicht... Oh, Hebebiss. Der ging nach oben. Ob es da nicht in dem Bereich auch noch verschiedene andere... Na komm. Stint. Jawohl. Verdammt. Hatte ich den schon? Ich glaube, den hatte ich auch schon. Da gab es nicht die Meldung. Genau, für die Renken. Fahren wir dann gleich an die Bojen. Güsterzwergmaräne. Laubestint hatte ich schon. Tatsächlich. 110 Gramm. Dreistachliger Stichling. Mir fehlt noch das ganz kleine Ding. Da muss ich mal gucken. Ich hatte die, als das Gewässer neu war, hatte ich die damals hier gefangen. In diesem Zwischenbereich. Ob es die da noch gibt. Ansonsten teste ich das gleich hier in dem Bereich. Ich würde sagen, wir treffen uns mal eben da. An dem Spot. Beziehungsweise... Warte mal. Ich könnte vielleicht auch hier noch zwischen den Steinen nochmal testen. Ganz locker. Vielleicht geht ja hier vorne noch was rein. Gehen wir mal ganz flach auf die 18. Und jetzt wird es natürlich tricky, Alter. Viel zu weit, ey. Ja, ist nicht so ideal. Komm, komm, komm. So, jetzt. Na, komm. So, jetzt. Ja, so hier. So, so geht er doch. So, jetzt bin ich gespannt. Kriegen wir hier einen Biss. Das wäre doch der absolute Burner, Alter. Ich würde mich ja schon, ich würde mir ja schon bald kaputt lachen, wenn hier was ankommt. Aber warum nicht? Es ist Teil vom Gewässer, ne? Es ist nicht, nicht, nicht irgendwie eine extra Pfütze oder ein separater Bereich, der nicht dazu gehört. Könnte gehen. Eiei, 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 eiei. Das war aber schnell. Und ich glaube, da kommt der Frosch. Ich habe schon fast nicht damit gerechnet. Ja, Bäm, da ist er tatsächlich. Eiei, 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 eiei. Da ist er drin. Sauber. Nummer 10. Der Frosch. Also, tatsächlich gerade in dem Bereich da vorne hat sich gar nichts getan. Aber jetzt hier, also da hinten in dem Tümpel hat sich nichts getan. Dann habe ich jetzt hier gerade nochmal reingeschmissen. Da war auch nichts. Und jetzt habe ich gedacht, irgendwo hier in diesem flachen Bereich ging doch immer mal wieder was. Also einfach mal testen und zack, ballert hier doch schon mal der Frosch rein. Also gar nicht so schlecht. Und jetzt hoffe ich natürlich auch immer nochmal auf die Sumpfellritze. Frosch natürlich ganz klassisch hier. Ich habe jetzt hier gerade Fliege dran und Köcherfliege. Aber einfach nur mit der Fliege wie immer für den Frosch. 18er Haken ja jetzt hier gerade drauf. 18 Zentimeter Tiefe. Und damit sollte das doch auch gehen. Ja, auf für Roche und ähnliches. Und jetzt muss ich mich schon gleich ein bisschen beeilen. Denn ich will da hinten noch gleich an die Seerosen. Und zu den Abendstunden auf jeden Fall nochmal rausfahren. Hier an die Bojen. Also ganz weit raus ans Ende der Map. Und dort gleich nochmal auf die Ränken gehen. Und da geht auch wieder was ran. Jawohl. Also irgendwas Kleines ist hier noch dran. Gucken wir mal eben, was wir hier noch haben. Eine Laube. Ne, nochmal ein Stint. Eigentlich gar nicht schlecht. Tatsächlich auch, wenn man Cash machen will und jede Menge Stinte fängt, ist das tatsächlich durchaus eine Option. So, weiter geht es zu den anderen Spots. Also an der Stelle leider keine Sumpferritze. Eine andere Möglichkeit ist tatsächlich hier, direkt gegenüber von der kleinen Insel. Also jetzt hier in dem Bereich auch nochmal auf Ränken zu testen. Möglicherweise, ich sag mal so, zwischen einem Meter 20 und einem Meter 80 durchaus einfach mal rauswerfen und testen. Dann natürlich hier an dieser Stelle, das ist, würde ich sagen, der absolute Klassiker, wenn man sich hinstellt, hier mit Köcherfliegenlarve, beziehungsweise mit Eintagsfliegenlarve oder Steinfliegenlarve. Auch hier gleiche Tiefe. Einfach hier vorne hin auswerfen. Muss gar nicht so weit sein hier. Genau in die Reflexion ungefähr in diesem Bereich. Und dann gib ihm andere Stelle. Ja, das wäre jetzt eben genau da drüben mit der Sumpferritze. Und das war natürlich jetzt die Frage, läuft die Sumpferritze hier noch? Ist die noch da? Kriegt man hier noch Sumpferritze? Ich habe es schon ewig nicht mehr probiert. Aber vor Jahren, wie gesagt, als das Gewässer neu war, hier direkt die Sumpferritze als Trophy rausgezogen. Und da drüben, da sieht man schon oben, wo die Routenspitze ist, da ist alles so grasig und grün. Und da will ich jetzt gleich hin. Ja, angekommen am Spot, angekommen hier bei den Blümchen und direkt rausgeworfen. Und zack, da geht es auch schon rein. Jawohl. Also, los geht es. Jetzt ist natürlich die Frage, was haben wir hier alles? Die Laube haben wir, aber die hatte ich auch schon. Die war bestimmt jetzt gerade auf der Fliege drauf. Und auch hier natürlich jetzt mit den großen Routen natürlich immer das Problem, dass man dann weit hinten stehen muss. Aber ich glaube, so geht das gerade eben noch. 18 Zentimeter Tiefe nach wie vor, relativ flach hier bei den Blumen. Also, hier auf jeden Fall testen. Es gibt übrigens auch hier auf der anderen Seite auch noch so eine Stelle mit grün Zeug. Oder eben hier auch an der Spitze. Auch das war immer mal ein klassischer Spot für Stint zum Beispiel, wenn ihr, opala, an anderen Stellen den Stint gerade nicht bekommt. Theoretisch fehlt mir auch noch, guck mal, der Döbel. Ha, theoretisch fehlt mir auch noch der Döbel. Aber eben auch noch der Döbel oder solche Sachen. Wir müssen auch mal eben reingucken, was hatten wir denn hier noch eigentlich? Und was könnte ich denn noch abhaken? Also, Güster, Zwergmaräne, Laube, Ripusmaräne, also erste Maränenart. Stint und dreistachliger Stichling. Ah, Karausche tatsächlich auch schon hier auf Süßteig. Na, guck, einfach mal die Teigköder verwenden und schon haben wir hier solche netten Kandidaten. Dann haben wir hier Rotauge, aber das ist schon Archipel, Archipel, Archipel und Zerte. Übrigens, die Zerte am Archipel, wenn man im Hafen ist vom Archipel, ist links rum ja so diese Landzunge quasi, die so halb rund geht mit dem Baum am Ende. Und auf der linken Seite, da waren die Zerten und das Rotauge war einfach im Hafenbereich. Also geht dann da auch random rein. Jetzt geht es aber hier erstmal weiter, glaube ich, gleich mit den Ränken. Beziehungsweise, ich glaube, ich teste hier auch nochmal gleich einen Teigköder. Also, das wäre eigentlich vielleicht gar nicht so schlecht. Echt einen Teigköder nochmal probieren, ob da nicht was geht für die Giebel. Giebel, oh, da ist schon wieder was dran. Und auch schon, also hier scheint das echt ganz gut abzugehen. Direkt auch eine ganz gute Frequenz, auch wieder eine Laube. Ja, grundsätzlich ja nicht verkehrt, die Lauben. Gerade mal eben gucken. Ich glaube, hier rechts von mir, warte mal. Ups, so. Genau, hier ist auch noch grün Zeug, richtig. Hier konnte man immer schön ja auch mit den Hechten auf Hecht angeln. Ja, das wäre natürlich auch nochmal eine Idee, da vorne einfach dann hinzuwerfen. Na, also, dann gucken wir mal, ob hier dann doch nochmal ein bisschen was reingeht. Scheint tatsächlich hier mit eine richtig schön produktive Stelle zu sein. Und mir ist auch noch eingefallen, es fehlt ja auch noch der Barsch. Und den Barsch könnten wir zum Beispiel hier ganz simpel auf Zuckmückenlarve fangen. Klappt zumindest am Windenbach immer wieder. Und wieso nicht hier? Das könnte jetzt wiederum ein Rotauge sein, ne? Das zuppelt hier schon wieder so ewig lang. Und das mögen die Rotaugen ja auch gerne. Lange rumzuppeln. Und, öp, ist dran, jawohl. Und, äh, dann... Haken. Uh, doch wieder die Zwergmarine. Die verdorchte Zwergmarine. So, und hier wollen wir doch jetzt gleich... Eins, zwei, drei. Also, hier wollen wir doch jetzt gleich schön Gas geben. Motor aus. Jawohl. Der Wind kommt genau von hinten. Das heißt, wir treiben hier schön gegen die Bojen. Perfekt. An der eins, zwei, dritten Boje klappt eigentlich immer ganz gut. Und dann können wir gleich hier in diese Area werfen. Andere Möglichkeit ist es, von dort hinten hier in den Bereich reinzuwerfen. Und hat auch immer wieder richtig gut funktioniert. Es gibt eine Qualifikation, ähm, wo man aus über vier Meter Tiefe eine Trophy fangen muss. Eine von diesen seltenen Arten hier. Als Trophy. Das machen wir allerdings nicht. Das ist tatsächlich, glaube ich, zu viel des Guten. Vor allem, äh, auf dem Fünf-Kilo-Setup. Glaube ich eher nicht daran, dass wir hier eine Trophy aus der Tiefe hochpumpen können. Ähm, aber auf einen Meter 50 gehe ich mal runter. Ja, und dann hoffe ich doch mal, dass jetzt hier auch gleich ein bisschen was reinballert. Damit wir hier die letzten Aufgaben hinkriegen. 18er Haken immer noch. Ich bin, wie gesagt, zufrieden mit jedem Fisch, den ich noch nicht hatte. Ähm, gerne eben auch im Kleinen. Nur, damit die Aufgabe schnell erledigt ist. Und es zuppelt auch direkt los. Na, guck. Na, guck. Hoffentlich kriegen wir das ordentlich gehakt hier. Die Entfernung ist jetzt gerade nicht so groß. Ich müsste eigentlich ein bisschen weiter werfen. Noch ist er dran. Noch ist er dran, der Brocken. Zuppelt schon mal ein bisschen, damit ich nicht so wie viel, nicht so hochziehen muss. Das dauert immer so lang. Ja. Na, guck. Also, da haben wir doch schon was dran. Oha. Da haben wir doch auch eine Ränke. Sehr gut. Ne, die Ripus. Die Marene hier. Ripus Marene. Auch richtig, richtig schick. Mag ich auch sehr. Allein von der Färbung her. Das ist das Übrige. Wie mit einem Bleistift gemalt. Sehr cool. Ähm, ja. Die haben wir dann hier schon mal. Ich werfe mal ein bisschen weiter hier rüber, damit ich ein bisschen mehr Schnur, so, ein bisschen weiter rausziehen kann. So. Einfach wegen der langen Stippe hier. Perfekt. Und da geht es los. Also, ja. Es funktioniert hier. Man muss tatsächlich immer so ein bisschen warten. Aber es ballern hier doch immer mal wieder. Oh, der hat angetäuscht. Der hat angetäuscht. Genau in dem Moment auch wieder losgelassen. Also, sie ballern hier auch immer wieder rein. Und jetzt heißt es hier eigentlich auch nur noch Geduld haben, durchziehen und einfach machen. Also, das wird schon gehen und es ist tatsächlich auch gar nicht so schwierig. Und guckt euch die Größen an. Auch das kriegt man hin mit einem super, super feinen Setup. Wenn man hier eben nicht mit der ganz teuren Ultralight Stippe unterwegs ist, sondern mit der günstigen. Ganz wichtig, einfach ganz kleine Haken verwenden. Und dann lüppt das schon. Mir fällt gerade noch ein, im Schnacken, Sumpfellritze war auch hier unten in dem Bereich. Man kann hier mit dem Boot, hier ist alles voll Schilf. Für Leute, die das noch nicht kennen, das Gewässer ist ja nicht so wirklich viel beangelt. Also, hier durch das Schilf durchbrettern. Hier ist so eine leichte, freie Stelle. Bäm, einfach durch. Und dann mit Karacho hier gegenfahren. Und dann kann man hier tatsächlich auch aussteigen und in dem Bereich hier angeln. Angeln. Also, übrigens auch für Hecht, falls ihr mal Hecht angeln wollt, hier in dem Bereich auf Hecht. Aber hier wäre auch durchaus eine Möglichkeit für die Sumpfellritze. Ja, ansonsten, wie gerade schon gesagt, eben hier auf diesen Schniepies oder eben hier in diesen Zwischenbereichen. Auch durchaus eine Option. Hier sind immer diese Blümchen auch dabei. Da geht immer was rein. Zum Ende werde ich gleich nochmal versuchen, hier auf Giebel zu angeln. Einfach mit einem Quarkteig oder sowas. Und ich glaube, dann haben wir es auch schon. Da haben wir einen dran. Jawohl. Nächster Kandidat. Mal was anderes. Oh, ist das eine Valambuckelmaräne? Es ist eine Valambuckelmaräne. Ich habe es direkt erkannt an dem dicken Bauch hier unten. Strange, oder? Abgefahren. Ja, das ist mal cool. Das ist mal cool. Schon lange nicht mehr gefangen. Weißt du was? Ich angel jetzt hier auf Valambuckelmaräne. Petri und Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen, dann lass den Kanal abonnieren. Nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags. Immer 19 Uhr. Petri. Und dann sehen wir uns.